Hallo ich bin's wieder euer Illyrio heute mit Science Road 2022 und zwar zeige ich euch eine Location wo man schnell Geld und EP farmen kann mit eurem Tornado. Wir sind in dieser Location ganz rechts auf unserer Karte, wenn das unsere Mitte wieder ist, gehen wir ganz rüber und zwar hier unten der Chia Mission. Landen da mit unserem Tornado so wie ich jetzt gelandet bin, weil die Gegner kommen alle von oben von der Straße runter, steigen hier aus, gehen hier hin, nehmen an, machen als erstes mit einem Stern, steigen wieder ein und ballern alles weg was da kommt. Ja hier stehen bleiben, der macht alles weg von hier. So die wo jetzt da oben kommen, da müssen wir geschwindend nach oben, schön zu sich kommen lassen, ballern wir wieder ab. So jetzt müssen wir nach oben fliegen geschwind, dass wir die da drüben weg kriegen. Machen wir das nochmal, komm her. Machen wir den weg, machen wir den weg. So und schon haben wir es abgeschlossen. Dann statt formieren wir uns wieder. Schön hier hin, landen wir. Steigen wieder aus und machen das ganze auf 4 Sterne und dann können wir das jedes Mal wiederholen mit 4 Sterne und bekommen 2.000 EPs und 8.000 Geld. steigen. Steigen wir wieder ein. Das dauern wir noch ein bisschen. Wir klären den ersten mit hier. Gehen wir nach oben, seht ihr da oben hat sich wieder einer versteckt. Mal kurz nach oben. Gehen wir weg und ihr seht abgeschlossen. 8.000 Geld und 2.000 EP. Das können wir jetzt so oft wiederholen, wie wir wollen. Und das Gute ist, wir verbrauchen keine Munition. Hier vorne liegt immer das Geld rum, wo wir einsammeln können. Das könnt ihr irgendwann mal einsammeln. Können wir wiederholen hier. Gehen wir wieder rein. Machen wir uns wieder auf 4 Sterne. Gehen in unser Heli und bauen uns wieder mit dem Heli weg. Wenn wir ohne endlich Munition haben. Zielsuche-Raketen. Geht alles automatisch. Voll einfach. Ballen wir weg. Der ist ein bisschen problematisch hier. Der hat sich jetzt umgedreht. Dann müssen wir uns halt ein bisschen drehen jetzt. Gehen wir nach oben. Hubschrauber drehen. Da unten Ziel. Und dann haben wir es dann auch schon. Dann müssen wir da noch ein bisschen hoch. Ein bisschen drüber. Und abgeschlossen. Könnt ihr quasi immer hier irgendwo schön hin stationieren. Weil die kommen immer von oben. Dann gehen wir da runter. Könnt wieder das Geld hier einsammeln. Und das könnt ihr wiederholen. So oft ihr wollt. Könnt ihr eine Stunde machen. Geht viel Geld. Wenn ihr viel Geld braucht, ist das eine optimale Sache. Besonders mit dem Tornado. Ja. Probiert es aus. Macht was draus. Euer Lyrio. Ciao.